Inka Bause verkuppelt seit 19 Staffeln in der RTL-Show Bauer sucht Frau liebeswillige Landwirte und das mehr als erfolgreich. 16 Paare haben bisher geheiratet, nachdem sie sich in der Sendung kennengelernt haben. Nur die Moderatorin selbst hat den Mann für immer noch nicht gefunden. Doch das Leben hält bekanntermaßen immer wieder Überraschungen parat. Inka bleibt offen für alles, wie sie im Bunte.de-Interview bei der Verleihung der Goldenen Henne in Leipzig verrät. Ich bin immer offen, ich bin immer wach und ich bin immer neugierig. Und ich glaube, wenn man das bewahrt, dann muss es auch nicht immer die große Liebe sein. Dann ist es manchmal auch die kleine Begegnung, zum Beispiel mit einer freundlichen Journalistin, die unheimlich attraktiv ist. Inka ist Single und glücklich, wie sie im Interview betont. Ja, aber natürlich. Also guck mich an, ich sehe jetzt ja nicht aus wie so eine Trauerweide, die total unglücklich ist. Ich bin schon immer glücklich. Der Amor hat mich ganz oft schon getroffen in meinem Leben und hat mich zur glücklichsten Mutter der Welt gemacht. Ja, wenn ich nicht mich in meinen Mann verliebt hätte und er sich in mich. Ich hatte wunderbare Begegnungen. Aber nun ist das eine längere Zeit schon nicht mehr so, weil ich mich vielleicht um was anderes kümmern muss. Das Schicksal meint es vielleicht auch ganz gut mit mir und sagt, jetzt komm mal ein bisschen zur Ruhe, kümmere dich mal nur um dich. Das Kind ist jetzt mal aus dem Haus und jetzt bist mal du dran. Und vielleicht ist das ja der richtige Moment, dass das Amor dann mal zuschlägt. Und wenn nicht, ehrlich gesagt, ist auch nicht schlimm. Männer sind toll, aber ohne Männer geht es halt auch. Wie der Mann, der ihr Herz erobert sein soll, auch da ist Inka offen. Mein Leben hat mir gezeigt, ich habe kein Beuteschema. Wenn ich einen interessanten Menschen finde, dann zündet der mich an und dann finde ich den toll. Und ob der 1,50 Meter ist oder 2,10 Meter, dick, dünn, was auch immer. Welche Couleur auch immer hat. Ob sie den Mann fürs Leben noch trifft oder nicht, eines steht fest. Inka genießt ihr Leben so, wie es ist.